brauchst du ein schilddrang da ist jemand scheiße daneben tu mal nicht so sind die vielleicht alleine schütteln ach mist wollen wir dann mit dem jump pad fliegen ich weiß es doch nicht sieht so aus ja kommen wir gehen mit rein wenn die schon kämpfen dann nutzen wir das aus und leute nicht vergessen bei drei likes kommt was neues will ich nur mal sagen wenn ihr mehr sehen das tut das so gut wie tot hier gleich nicht jugendfreie beleidigungen raus bringen ach so alles gut ich weiß schon ja also noch mal bei drei likes kommen wieder neue längere videos so was für jetzt kommt zwar auch noch aber richtige videos erst bei drei likes also ihr habt jetzt von den vier neuesten videos wenn davon 1 3 likes hat gibt es was neues und ja bis zum nächsten mal das Ran super dr 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 dr